Das hier ist mein neues Moped und das werden wir uns jetzt noch mal genauer angucken. Komm Dennis! Komm, 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 komm! Komm, komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! So, hier ist es bei einem guten Lemke. Ihr habt hier gerade eine kleine Show-Einlage gesehen. Dazu möchte ich aber noch sagen, oder Lemke, kannst du auch sagen, das ist von denen die eigene Wiese. Also wir haben hier nichts kaputt gefahren oder so. Wollte ich mir noch mal anmerken, bevor sich wieder welche aufregen. Wie gesagt, ist Privat Eigentum. Ich musste meinem Vater dafür Geld geben, dass ich seine Wiese kaputt fahren darf. Nein, war ein Witz, aber das ist wirklich unsere Wiese. Und ich richte da für uns wirtschaftlich keinen Schaden an. Und wenn ich das mal mache, ist das in Ordnung. Wer anders sollte jetzt natürlich nicht herkommen, um da hoch zu fahren. Genau. So, und wie viele kennen ja Lemke, Lemke hatte ja immer diese wunderschöne 300er Beta, womit er eigentlich nur Probleme hatte. Seit, boah, gefühlt seit es er hatte, hat es fast nur Probleme mit, ne? Und jetzt, kaum zu glauben, kaum zu glauben, er hat sie verkauft und fährt kein Beta mehr. Sondern er fährt jetzt... Und viel schlimmer ist, der hat zwei Takte mehr. Ja. Also, kannst du erst mal sagen, warum, weshalb du deine Beta verkauft hast und warum jetzt dieses Bike? Ja, genau. Also, ich hatte ja die 300er Beta aus 2016er Baujahr. War damals noch ein Vergasermodell. Ist so oder so anfällig, wenn man Supermoto fahren will. Gerade mit Höhenmeterunterschieden vom Luftdruck. Dann muss man das Gemisch dazu anpassen, bla bla bla. Kraftstoff muss verändert werden. Also, man muss den Vergaser neu bedüsen und all so ein Kram. Fand ich sehr umfangreich, das Thema. Die ersten 80 Betriebsstunden bin ich komplett ohne Kolben und Zylinderwechsel gefahren. Das lief super. Dann habe ich das erste Mal getauscht. Beim ersten Mal tauschen ist ein kleines Malheur vom Lieferanten passiert. Da wurde mir eine zu kleiner Kolben geschickt. Ich habe eine natürlich nicht nachgemessen. Weil das Maß, was auf der Verpackung steht, sollte ja eigentlich drin sein. Deswegen, messe den mal nach, sonst wird es teuer. Ja, genau. Der hat mir dann nach 15 Betriebsstunden alles zerstört gehabt an Zylinder und Kolben. Okay, das lag dann einfach da, weil er wahrscheinlich gekippelt hat, der Kolben. Ja, genau. Knetert der Baum. Ja, genau. Und dann habe ich einmal einen kompletten neuen Kolben und einen neuen Zylinder gekauft. Das eingebaut. War auch nach 25 Stunden im Arsch. Dann hatte ich gar keine Lust mehr. Das war dann schon tatsächlich auf Supermoto. Da war ich im Frankreich Urlaub, als das passiert ist. Und direkt am ersten Tag Motor fahren. Ja, genau. Wir wollten da eigentlich sieben Tage lang in Frankreich schönen Supermoto fahren. Am ersten Tag war dann für mich Feierabend. Und da hat mich der gute Sumo-Jan auf Instagram auf die Idee gebracht, eine 500er zu kaufen. Der hatte eine. Ich mit meiner 300er konnte super am ersten Tag natürlich nur, weil danach konnte meine nicht mehr fahren, super mit ihm mithalten. Und die Karre hat echt Riss gehabt von ihm. Genauso wie meine 300er. Und weil ich jetzt einfach eine Alternative gesucht habe zum ständigen Motorschaden, habe ich mich dazu entschieden, einmal mehr Ölwechsel zu machen und dafür einfach eine Karre zu haben, die besser hält. Dazu gefällt mir auch das Ansprechverhalten von diesem Motorrad sehr gut. Ich komme auch im Gelände damit viel besser zurecht. Aber ich muss auch dazu sagen, die Karre wird nicht lange so hier stehen, wie sie hier steht. Sondern das wird ein kompletter Supermoto-Umbau. Dazu auch bei Dennis hier bald mehr Informationen, mehr Videos. Genau. Also den ganzen Umbau, den werden wir filmen und auf meinem Kanal einfach schlichtweg veröffentlichen. Ja, genau. Das Fahrwerk wird weggehen, neuen Plastiksatz, neue Dekore, eventuell ein paar Powerpart-Teile und all so ein Kram. Und da wird es echt detaillierte Videos zu geben. Und genau. Wir können ja mit dir eigentlich nur lustig werden, die Videos. Wir müssen dann rumschrauben. Ich denke schon. Ein bisschen dumm schrauben. Dumm rumschrauben. Ja. Bike-Porn machen wir dazu auch noch. Aber jetzt nicht. Ich denke mal dann, wenn die komplett umgebaut ist. Ja. Wenn sie fertig ist. Genau. Jetzt am Wochenende werden wir nochmal Enduro fahren gehen. Area 39. Das letzte Mal. Ich hoffe, sie sieht danach nicht so aus wie die Beta. Ja. Ja. Okay. Ich muss sagen, Beta hat schon ein massives Plastikproblem. Ja. Also jeder, jeden, den ich kenne, der eine Beta hatte, hatte massiven Verschleiß an Plastikteilen. Ja. Die gehen extrem schnell kaputt. Man muss gefühlt nur einmal beim Aufsteigen mit dem Fuß hinterhaken und das Ding ist durchgebrochen. Ja. Du hattest auch extrem hohe Plastikverschleiß. Ja. Also ich habe ja den einen Plastiksatz übel lange gefahren, aber den habe ich immer wieder gepflegt. Ja. Da waren am Ende, ich habe gezählt, tatsächlich 100 Kabelbinder dran. Knapp 100. Ja. Schon amüsant. Fast nur Kabelbinder gewesen. Okay. Noch ein paar Daten zu deinem Moppet. 500 Kubik Baujahr. 18. 18 Betriebsstunden runter. Hat jetzt gerade 88 Betriebsstunden runtergekauft, habe ich sie mit 83. Also schon so ein bisschen hin und her geguckt. Aber geht doch voll fit. Ja. Können wir mal ein bisschen näher rumgehen. Das ist ja komplett original. Oder ist irgendwas, was verändert worden? Naja, der Dekor halt. Und hier so ein bisschen Powerfahrt. Wir sehen schon, der Lüfter wurde auch nachgerüstet. Oder ich weiß nicht, ob der ab Werk dran ist. Kann sein, dass er nachgerüstet ist. Wir sehen hier einmal hinter dem Baum lang. Gucken wir uns das von vorne an. Hier die schönen Schraubflüffel schon dran. Hier sind sie da. Finde ich auch geil. Die haben schön heilt. Ja. Also nicht wundern Leute, wenn ein paar Windgeräusche zu hören sind. Aber heute ist es richtig nicht windig. Ihr seht ja das Wetter. Es mieselt schon ein bisschen, sagen wir ekelhaft, oder? Ja. Ja. Aber am Wochenende sollte das Wetter genauso beschissen werden. Deswegen wird das eine richtige Schlammparty. Und da habe ich irgendwie richtig Bock drauf. Weil ich bin jetzt drei Monate oder dreieinhalb Monate kein Enduro mehr gefahren. Du bist das letzte Mal auch da gefahren, ne? Ja. Und eventuell mal einmal hin und her mit der Karre. Aber so richtig unterwegs warst du auch nicht. Ja, richtig. Also ich würde echt auch gerne jetzt mal wieder auf der Strecke. Und ich weiß auch nicht, wie ich dann damit umgehe, wenn ich gar nicht mehr fahren werde. Weil wenn ich die jetzt umgebaut habe, dann bleibt die so. Nicht so wie die Beta, die ich dann wieder zurückgebaut habe. Weil hier ist die Grundsubstanz hundertprozentig. Ich habe einen super Zustand, was Motordeckel und so angeht. Bei vielen Modellen sind die dann schon abgelatscht, wenn die viel Enduro gesehen haben. Vorbesitzer sind die alle nur in Hobbybetrieb, nicht im Rennbetrieb gefahren. Und von daher, spitze. Ja, sehr nice. So, jetzt haben wir mal grob dein Moped vorgestellt. Ich würde einfach sagen, am Wochenende kannst du hier mal einen Vlog machen. Dann gebe ich hier meine Cam, dann kannst du mal einen Enduro-Vlog machen. Ich werde die dann auch mal am Wochenende fahren. Ich bin mal gespannt. 500er Power. Und ja, dann kommen demnächst noch ein paar mehr Videos zu der Kara. Genau. Und jetzt noch schöne Grüße an Schmidi. Wer ist das? Der Vorbesitzer. So Leute, also wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like. Und einen Kommentar da. Und einen Kommentar da. Und schaut auch bei mir auf Instagram vorbei. Genau. Hui. Wie heißt der auf Instagram? Lemke unterstrich A-R-R-C. Bis zum nächsten Mal ein bisschen. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Bye.